Um hören zu können, habe ich alles getan. Mit dem Hörgerät war Metallisch, mit der Vorstellung eine Ebene, wo man nur eine Linie gehört hat. Und mit dem HRS ist es für mich vielseitig. Um zu vorstellen, wie ich schwarz-weiß in den Bund reinzukommen. Für mich ist es einfach Wahnsinn. Heute ist es mit dem HRS problemlos beim Telefonieren. Ich kann Termine vereinbaren, ich kann auch den Inhalt besser verstehen. Vorher war es einfach den Inhalt schwer zu verstehen und dann musste ich einfach den Kollegen das Telefon weitergeben, weil ich einfach keine Termine vereinbaren kann. Die Kommunikation mit Luciana war früher sehr schwierig. Wir mussten vor ihr stehen, bis sie uns verstanden hat. Aber jetzt geht es viel besser. Sie kann uns sehr gut verstehen, sie kann sich besser mit der Kundschaft unterhalten und sie ist sehr selbstsicher. Seit ich das HRS bekommen habe, ist es viel klarer, es ist viel deutlicher. Zum Beispiel mit dem Friseur in dem Raum, weil wir zusammenarbeiten. Man hört das Wasser rauschen oder das Föhnen, dass es ein Geräusch macht. Dass es viel klarer ist und viel lauter ist. Und zum Beispiel bei meiner Arbeit in der Kosmetik drinnen, ich kann besser mit der Kundschaft kommunizieren, ich arbeite schneller, ich kann es einfach mehr verstehen und deutlicher verstehen. Also die Kundschaft sagen, dass ich vor Glück strahle. Als ich erfahren habe, dass Luciana sich für ein Cochlea-Implantat entschieden hat, war ich ganz erfreut und erstaunt. Und für mich ist es sehr interessant zu hören, wie es ihr dabei geht. Und ich habe sie gleich nach der Operation besucht auf der Klinik und sie war eigentlich von Anfang an ganz optimistisch. Lucy kennt jetzt beide Welten, die Welt der Gehörlosen und die Welt der Hörenden. Sie kann irrsinnig gut ihre Gefühle beschreiben, wie sie das jetzt empfindet, wie sich das Hören verändert hat. Und durch das ERS kann sie natürlich mit der Hörendenwelt viel besser kommunizieren. Für mich ist es ganz was Großartiges. Also ich muss sich vorstellen, es ist viel bunter, als wenn die Welt mich versaubert hätte. Und allein das ist überwältigt und hat mich vieles verändert. Lucy und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Früher, als wir telefoniert haben, hat sie immer nachgefragt und hat das meiste nicht verstanden. Und jetzt funktioniert das alles super. Wir können am Telefon lachen, wir können uns alle Geschichten erzählen und das macht alles viel leichter. Also Lucy ist im Winter implantiert und jetzt bei unserem heißen Sommer haben wir alle Fensterofer. Wir wohnen neben dem Wald und sie kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, was ist denn das? Ich sage, was? Da draußen ist etwas. Was denn, Lucy? Ja, schau mal, was ist denn da draußen? Und dann bin ich näher gekommen und natürlich waren die Grillen und das hat sie noch nie im Leben gehört. Das ist gewaltig, weil man etwas für uns total selbstverständlich und sie hat das wirklich, ja, das erste Mal bewusst gehört. Ich war vor kurzem bei Musikveranstaltungen und es sind mir die Tränen gekommen, weil ich einfach nie gedacht habe, dass man vom Hören auch fühlen kann und das war einfach einzigartig. Ich war vor kurzem bei Musikveranstaltungen und sie haben einen god Schmerzen. Ich wie die Tränen für zwei Schmerzen ab? Ich war ein ... Untertitelung des ZDF, 2020